Ich weiß, die Umgebung ist fremd für dich. So plötzlich, in einem anderen Land. Ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Aber sieh's einmal so. Du hast die seltene Chance, dass du deine Strafe nicht im Jugendgefängnis absitzen musst und stattdessen kommst du hierher, zu uns, in eine Familie. Davor war ich hier alleine und hatte niemanden zum Reden und zum Spielen. Aber jetzt, da wir die Zeit sind, bin ich mir sicher, dass es viel mehr Spaß machen wird. Hier hat jeder seine Pflichten, an die er sich halten muss, Daniel. Du bist in einem fremden Ort. Was soll dieses Benehmen? Was ist los? Jeden Tag versuchen Hunderte von Menschen, die Grenzen zu überqueren, weil sie wissen, dass es hier Frieden gibt und Respekt für die menschlichen Werte. Merci. Suárez. Aber hast du ihn jetzt gesehen oder nicht? Ja, ich glaub schon. Ich wollte mit ihm reden, aber dann ist er weggelaufen. Let me come with you, please. You're not going to Germany. Sorry. No, no, your money. No, no, no. Wir geben dir noch eine zweite Chance. Ich hoffe, dass du sie nutzen wirst. In Deutschland macht man sich einfach Sorgen, dass diese Ordnung wenigstens zu gefährlich geworden ist. Das Wichtigste ist jetzt vor allem eure Sicherheit. Wir waren eine Familie. Stimmt doch, oder? Ja. 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 I wonder, I'm circling in vain.